Hallo MusicStore Crew und Jury von dem Wettbewerb. Mein Name ist Philipp Kempinski, ich bin 21 Jahre alt, habe leider keine Band, aber trotzdem Interesse gehabt, diesen Song zu machen mal und natürlich auch an den Whisky. Ich habe jetzt über so ein Audio-Interface die Gitarre und alles aufgenommen, den Gesang halt auch über einen normalen Gitarrenverstärker. Ist jetzt nicht von der besten Qualität, aber ich hoffe, es gefällt euch und dabei kann man gut Whisky trinken. Viel Spaß! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.